Was bedeutet jemandem das Messer abnehmen? Wie macht man das? Ganz besonders wichtig ist sofort reagieren. Niemals, niemals abwarten, sondern immer unmittelbar. Sobald ich auch nur den Ansatz eines Verdachts kriege, dass jemand möglicherweise ein Messer dabei hat, versuche ich das als primären Fokus. Also für mich zum Beispiel ist deshalb immer sehr wichtig, hat der andere die Hände in den Hosentaschen? Wenn eine aggressive Situation sich anbandet und jemand hat die Hände in den Hosentaschen, dann hat er darin möglicherweise einen Gegenstand versteckt. Und dann werde ich ihm auch sofort sagen, er soll jetzt die Hände aus den Hosentaschen nehmen, wenn er das nicht macht und mich vielleicht auch verdutzt anschaut. Entweder fühlt er sich erwischt oder er weiß nicht, worum es geht. Deshalb sage ich ihm noch, wenn du jetzt nicht sofort die Hände rausnimmst, dann werde ich so reagieren, als hättest du darin ein Messer versteckt. Ich glaube, du hast darin ein Messer. Und wenn er sie dann rausnimmt und so, oh, Entschuldigung, 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 dann ist okay. Und wenn nicht, dann werde ich entsprechend auch sofort Aktionen treffen, die auf der Annahme basieren, dass er ein Messer bei sich hat, mit dem er mich angreifen will. Und erst recht, wenn ich ein Messer sehe, sobald ich es sehe, Zugriff. Nein, nichts weiter. Die Bedrohung mit einem Messer langt, um anzunehmen, dass mein Leben in unmittelbarer Gefahr ist. Also sobald ich das Messer sehe, werde ich nicht darauf warten, was jetzt als nächstes passiert, weil es gibt nichts Positives, was hier für mich passieren könnte. Es gibt keine mögliche Verbesserung der Situation, Entschuldigung, die entsteht, wenn er das Messer schon gezogen hat. Sondern sobald das Messer da ist, zack, sofort versuchen, dem das abzunehmen.